Ja, also ich habe jetzt, Moni hat mein Agent angerufen und hat gesagt, Volker, ist ja schön mit deinen Fersen und so, ganz niedlich, passt zu machen, aber wenn du die Olympia-Halle füllen willst, dann musst du dir was einfallen lassen. Ein bisschen was Modernes, mal so ein bisschen Hip-Hop, mal so ein bisschen was für junge Leute, also auch ein bisschen so andere, nicht immer nur deine. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin ja aus Bergham, Bergham Downtown. Also das ist eine rüde Gegend, da geht keiner von 10 Uhr morgens aus dem Haus. Und dann habe ich gedacht, okay, schreibst du mal so ein wichtiges Hip-Hop und das Wichtigste ist ja, man muss... Wir müssen mich da ein bisschen unterstützen jetzt, ihr müsst so den Grundrhythmus, wäre ganz gut, weil sonst komme ich aus dem Takt. Yo, Brothers and Sisters. Ja, Brüder an die Freude, Power für die Leute, Karte macht für niemand, alles für die Leute. Der allerletzte Weißer auf Klassen oder Kratzer, was auf dünnem Ei ist und da eben noch so ein Satz, da glaubst du an dich selbst, mach's dir lieber selber. Ja, hier der Metzger will nur die dümmsten Käfer, fördern, überfordern, noch eine Runde ordern, ruhige Kugeln schieben, nicht nur Zombies modern. Treppe rauf zum Himmel, raus aus dem Gewindel, digital ist besser und wünschen beim Zimmer, aber ist live. Dann noch dieses Fieber, streng mich schies in die Ida, suche nach den Gründen und denke mir nie wieder, weil hier nix mal geht. Bestmann kommt zu spät, die Leute glauben immer an den Schätzchen-Prophäen. Yo, geht weiter. Rauchen ist gefährlich, unbezintensperrlich. Das Leben, das ist wirklich doch kein, da ist er bärlich. Das machen wir. Lose den Kartinen. Kaffee früh mit Schuss, aufhört und Kuss. Danke für's noch fahren, dann ist auch Schluss. Also zumindest Mofatalle, oder? Nee, ich muss ein kleiner Olympianer. Ja, kleiner Olympianer. Yo. Muss auch ein bisschen. Ja, ja. Ist aber auch. Man hat Bräuchstuhl. Ist aber auch nicht.